so aufnahm es wieder an dabei war seit anruf wendet wurde und ja deswegen hatte leider gerade verpasst wie es hellen auch dabei geschossen hat Prozent denn irgendwas mit dem Mulden und das war's jetzt kommt eine Ladeszene Ladeszene genau und Ladevorgang und danach kommt eine Katzin Ladeszene ja ich und mein gut Deutsch ich ganz gut Deutsch ich from Deutschland lasse fallen Junge lasse fallen oder ey da gibt ihr Headshot mal wieder ey bis ich dich gerecht habe bitte vergib mir die 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 Ach, dafür wird er teuer bezahlt. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein, nein, lass dich raus! Lass mich in dir! Nicht meine Schwester! Nimm mich! Bitte! Ich tue alles! Bitte! 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 Bitte tun sie ihr nicht mehr! Deborah! Ja, was ist Herr Olli in Apparat? Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich halte sie, um sich als Service zu tun. Das ist definitiv Sinn im Stil. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Klar, unten habe ich einen Empfang. Ich liebe es mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht... Ein einziger falscher Zug und... Oh, ich liebe dieses Ding. Hannigan! Leon, wo sind Sie? Ist Simmons bei Ihnen? Ja. Hannigan, seien Sie auf der Hut. Ich glaube, er ist der... So wissen Sie nach mir. Simmons... Autsch! ja auch ich war uns einig weil sie gerade ich habe keine Wurde Prozent zu sehen es ist ein Update man bräuchte um die um um das so so dass nämlich mit alles klar ich bin auch fertig ich muss dann einmal ganz kurz meine items beziehungsweise meine sachen also kann ich gerne rausgehen oder nicht upsala wenn du willst also mir ist es relativ das ist schon deswegen ja okay dann lasst jetzt dieses hier noch machen soweit wir bekommen und dann können wir danach dann beenden wenn du nicht wenn du jetzt irgendwas anders zu zocken wolle ist es ist ein präsident die große stücke auf sie hätten sie waren 30 jahre lang befreundet stimmt es dass nur sie beide zum zeitpunkt seines Todes bei ihm waren was soll das heißen naja es muss ihnen doch klar sein dass sie beide unter verdacht stehen was diese anschläge angeht was agent harper zum zeitpunkt des anders waren sie nicht auf ihren posten so dass der präsident ungeschützt war finden sie nicht dass solch ein verhalten verdächtig ist verdammter bastard sie haben das doch alles geplant und welche beweise haben sie für diese absurden anschuldigungen ich bin der nationale sicherheitsbewerber das heißt ich verhindere terroristische angriffe ich plane sie nicht sie lübner wenn sie beide so von ihrer unschuld überzeugt sind können sie sich ja umgehend stellen es wird ja immer besser und besser du sagst das leon auch erst mal nachladen ob ich habe 40 schuss für die piste das ist Prozent sein Magnum 100 Schuss er hat es müsste an sich reichen und so dann an jeden vor Ort ich habe ich die Leichter Mecklenz und Müde Euro 0 für Spielmöger vielleicht einen kleinen Moment noch und dann können wir gleich aus Prozent ich gucke gerade nur nach das ist so kräftiniert dafür dass sie eben was uns ein Scheißschlangen ab der Fakt ist Prozent mit Betten LL in den Kontalen geschrieben er oben ist es wo es ist da oben erhebten r auch an die Oma nicht da ökologisch zu machen ich sollte man der Hebel auch muss auch Hebel drücken ich finde deine waffe sieht geiler man merkt du bist echt müde er hat lang tag ja ich hatte auch besicht in der schule und dann muss ich die ganze so eine scheiße kerl am bau von ich sagte ja die mir den scheiß im selben weiste das macht uns wohl offiziell zu packen aber ich muss bald arbeiten gehen praktikum und sonst würde ich glatt behaupten dass es so ist was auch nicht er aus den sägen auskommen jetzt haben ich sehe die rumliegen das so ist wirklich keiner also hier kommt irgendwas nach und wer ist da drinnen auch manfred das drinnen der raufkaufst und jetzt hier nein ich hätte hier und das ist gemacht aber ich hab's richtig gemacht das ist dass ich hab grün und grün und grün und rot gemacht ich bin und doch können was halt auf war es ja ich weiß dass ich weiß dass ich weiß dass sie machen müssen nein 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 ja ich auch und gezielt halten und dann übergehen nicht unterbeten sollen als wir noch in der Kategorie waren darum bleiben die Truppen nicht einfach tot weil es ja jetzt der Zegel wird ja jetzt kommen auch Fallen dazu das ist voll geil was kommt jetzt auch Fallen hier müssen wir glaube ich nur warten bis das Ding ausgeht und am besten nicht verbrannt werden es gibt mehr als eine leichte verbrannt ne sag doch nicht die Klammern sind extrem gefährlich wir müssen sie irgendwie umgehen kommst du ich hab da so ne Idee und was mache ich jetzt folgchen drehen ah ne da kommt ein Manfred so Manfred hat bekommen was noch verdient kannst du da irgendwas machen im Hebel drehen Schalter betätigen oder so äh gut dann mach das bitte oh geil aber nicht aufhören den Hebel oder was es ist zu drücken okay ah jetzt kannst du das Ding betätigen geil wir brauchen da steht was auf der Tür bringt Beweise für die Verwandtschaft Verwandtschaft? Simmels Stammbau? ich habe keine Beweise dabei ich habe keine Beweise dabei ich habe keine Beweise dabei nein ich habe nichts ob hier irgendwas Brauchbares herumliegt Moment mal ich habe keine Beweise dabei weil es ist so voll reingerannt jungen alter ich glaube das war jetzt nicht so schlau warte wir müssen jetzt glaube ich verteidigen bis die Typen kommen ja Alter ich bin doch schon gerade am drücken fuju bisschen für die Zombies die jetzt gleich clear kommen wollen haben wir klar aber am Ende der Welte oder was wir da reingehen Okay, die Tür ist fast offen. Ich habe wieder 17. Wie lange brauchst du noch, my friends? Wir sind Sägen auf oder wird es hier los? Ja, wir haben geschafft, komm! Nein, doch. Ich habe es kurz so eingesammelt. Jetzt Erfahrung. Ah, okay, wieder V. Ups, das war C. Äh, X meine ich, Entschuldigung. So. Vielleicht ist hinterher ein Control Point und dann können wir auch... Ja, Möger. Ja, ich würde mal hingehen und... Ich würde mal vordrücken. Ach, schon. Oder B. Wasserball. Und... Ich sag nichts. Anscheinend holen wir uns nasses Füße. Nicht nur Füße. Das aber... Ich kasse das wie... Oh ja, da hast du sowas von recht. Ich kasse die Lust wie... Das wäre zu schön, wenn irgendetwas mehr von garmen Wasser überflutet werde. Hm, ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Ah, komm. Pass auf, äh, wenn du... Die Typen muss auf jeden Fall abklagen, dass sie nicht zu Kruppeln machen. Weil sie sehr sind. Die Kruppeln sind... Er kann so was nicht erkennen. Deutsch. Ich hätte hier erst mal hoch. Das heißt, wenn... Ein Kruppel da ist, siehst du es nicht. Und greift ich dir einfach an und kann nichts machen. Ach so. Oh, bist du oben attackiert, oder was? Naja. Ja, Allah, ich hab dich doch angeschossen, kleine Muschi. Alter, wie unfair ist das denn, ey. Gott. Die müssten beide gewesen sein. Ah, hallo. Weiter geht's, es funktioniert. Guck, das meine... Die siehst du einfach nicht. Helena. Ja. Das ist ein fieses Fies. PLEON! Ich bin unterwegs, hab die Sniper ausgepackt. Ich gebe ihnen Deckung so gut ich kann. Sieh weiter. Yamuy. Der県. Die sind ne Spider. Woher geht's, woher wir dem Fennych herum. Das sind richtig, was findest wir versuchen an. Woher geht's... St das ist mir die Tür Euro Dankeschön okay er hat hier ist er nicht mehr als der jahre die Erfüllung und ich bin schon gerade dabei gewesen ich bin gleich schon dabei gewesen wenn ihr gesehen habt denn in der Nähe wenn ich nicht mehr um werde kommen sie jetzt durch sind von der oder die nicht aufspießen lassen erländer das ist jetzt aufspießen lassen die russierende weil der er muss warten gehen hoch und dann wieder runter und muss halt wenn ich gerade runter gehen sie loswerden habe ich ja gemacht aber das Ich bin jetzt hier drüben. Okay, Leon, los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von hierher? Warte, geh da noch nicht hin. Vielleicht kann ich das Ding gleich irgendwie anhalten. Da kommen wir nie im Leben durch. Kann man das abschalten? Ja, man kann es abschalten. Die Frage ist nur... Ja, wahrscheinlich muss ich wieder springen und durch springen, oder? Oder kannst du mir... Ah, ne, du kannst mir... Also erledigen wir den, der kurbelt und sind die Speere los. Jo, ich hab den einen bei mir schon erledigt. Bei mir fehlt der Kurbel. Okay, äh... Wo genau muss ich die jetzt suchen? Äh, kannst du mir zufällig hier aufmachen? Ich dachte, es ist zum Aufmachen. Nein, die Kurbel hat doch der Typ betätigt, um die Pfeile zu aktivieren. Und ich bin gerade rübergekommen. Au. Okay, Leute, damit ist die Folge beendet. Wir hören ja auf. Scheiße. Ich mache morgen weiter, wenn er ausgeschlafen ist. Und... Und... Das hat sogar weiter... Wir müssen den Typen der Kurbel ausschalten, damit die Falle damit aufhört. Aber erst mal kurz. Ich soll es auch, wann es ist die Kurbel ist. Was denn? Ja. Äh... 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 Oh, dann wird jetzt jemand beendet. Oh, zu geil. Ich kann das Spiel einfach nicht. Bekanntes, nur was dann ein bisschen blöd. Aber... Aber... Woher konntest du ja wissen, dass ausrechnet die Kurbel halt das Band, äh, das annimmt. Ich habe keine Ahnung. Oh. Alles klar, Leute. Dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Au da rein. Ciao.